Das Wetter präsentiert Ihnen die steiermärkische Sparkasse. Diese Dacharbeiter haben wir heute in 1100 Meter Höhe am Sonnberg bei Oeblan gesehen. Es waren aber keine Dachdecker. Diese Männer haben letzte Vorbereitungen für eine ganz besondere Montage getroffen. Erstmals wurde heute in Österreich eine Windturbine dieser Art auf einem Wirtschaftsgebäude montiert. Diese Windturbine wurde in Deutschland entwickelt und wird zur Stromerzeugung in landwirtschaftlichen Betrieben bzw. Einfamilienhäusern eingesetzt. Ab einer Windgeschwindigkeit von 12 kmh wird bereits Strom produziert. Der Erfinder der Turbine ist heute höchstpersönlich nach Oeblan gekommen. Wir wollten erneuerbare Energien nutzen und das möglichst geräuscharm. Dadurch hatten wir die Idee einen Vertikalflügler zu entwickeln, der immer im Wind steht, kein Getriebe braucht, keine Windnachführung und keine Geräusche macht. Circa 13.000 Euro kostet die 1,4 kW-Anlage, die von Gröbminger aus nun auch österreichweit vertrieben wird. Die Montage auf diesem Bergbauernhof ist heute reibungslos verlaufen, sodass der Besitzer, der auch Musiker bei der Wetterloch bloß ist, sofort eine Fanfare angestimmt hat. So habe ich meinen eigenen Strom. Der Wind wird immer ein bisschen gehen, vielleicht ein wenig kombinieren mit Photovoltaik und Stromspeicher, das wird die Zukunft werden. Der Wind ist ja einer der Hauptfaktoren beim Wetter. Er bringt so richtig Bewegung ins Wettergeschehen. Ohne Wind hätten wir immer dasselbe Wetter. Kaum vorstellbar, immer nur Sonnenschein oder immer nur Regen. Aber immer nur Urlaub, das könnt ihr mich vorstellen. Einiges an Sonnenschein gibt es morgen Vormittag vom Ausseerland bis ins Weinland. Um die Mittagszeit entstehen im Norden aber bereits erst die Gewitter, später wird es auch im Süden gewittrig. In der Obersteiermark wird es warm, in der Südsteiermark heiß. Zum Mittag hat es 27 Grad in Lassing und 34 Grad in Ehrenhausen. Bis zu 35 Grad erwarten wir am Sonntag. Die heiße Luft entlädt sich am Nachmittag durch kräftige Gewitter. Ein Mix aus Sonnewolken und Regenschauern begleitet uns durch den Montag. Kühl und im Norden regnerisch geht es durch den Dienstag.